Das Spiel heißt Äpfel S.A. 3D Angriff der Vegetarier Und es geht darum, dass ein Spieler die ganzen Äpfel aufessen muss Während der andere nicht-Vegetarier seine schönen Äpfel beschützen will Damit der andere sie nicht isst Und um ihm eine Lektion zu erteilen, will er Spieler 1 aufessen Und jetzt, weil sie so einen Fehlstart hatte, kann ich sie ganz leicht aufessen Und sie muss probieren, alle Äpfel zu essen? Ja, alle 20 Äpfel müssen sie essen, bevor ich sie halt aufesse Und deswegen heißt es auch Angriff der Vegetarier Oh, das war klar Da hatte ich sie fast erwischt, aber Vielleicht hat mehr Glück als Verstand Ja, und jetzt habe ich gewonnen Weil ich einfach ein Po bin Ja, ganz schön Danke Ja, danke